Es ist deutsches und russisches Kasernengelände, heute Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal, das eben noch leer stehende Gebäude, Haus 1, Ruine, Haus 2 und wir sind im Haus 3. Kopierraum, die neuen Pools da hinten, PC-Pools und hier ist Mannesreich. Raum 201, neueste Technik. Rekonstruiert wurde dieses Gebäude baulich unter der Leitung von Ernst-Ewerhard Matzke. Dankeschön.